Kuriose Experimente! Wisst ihr, wie man Kindern richtig gut zeigen kann, wie wichtig Händewaschen ist? Mit Pfeffer und Spüli! Füllt einfach ein Gefäß mit Wasser und in dies tut ihr dann eine Menge Pfeffer. Tippt dann mit dem Finger rein und seht, dass nichts passiert. Wenn ihr dann allerdings etwas Spülmittel oder Seife auf dem Finger habt und diesen dann ins Wasser tippt, schießen durch das Brechen der Oberflächenspannung die Pfefferkörner bis an den Rand. Like und folgt euch tastisch und mir!